Guten Tag und herzlich willkommen, Debe, 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 Faktorio, Faktorio, yeah. Vielen Dank nochmal an alle, die immer noch dabei sind und sich das hier angucken. Ich finde das sehr, sehr schön, denn es ist gut. Und bei mir schreiben sie immer, die Zeit verfliegt, auch beim Zuschauen. Auch beim Zuschauen, es ist verrückt. Das ist eine gute Sache, ist gut, ist gut. Ich bin ein bisschen traurig, damals, ich habe Faktorio kennengelernt bei Sips von Joxcast und der hat aber irgendwie nur sieben Folgen gemacht oder so, dann hat er aufgehört. Ich war so traurig, damals. Okay, egal, anderes Thema. Was müssen wir tun? Wir müssen Sachen optimisieren. Also ich habe in der Pause mal so ein bisschen geguckt. Man muss Faktorio auch ein bisschen Zeit geben. Wie spielen sich die Abläufe ein, wo gibt es Defizite und so weiter. Deswegen muss man auch immer viel optimieren. Also manchmal macht man folgendlang nichts anderes, als irgendwo wieder was auszubessern. Optimasonirieren, ja. So, und wenn wir uns das jetzt hier also anschauen, dann haben wir hier gleich zwei Problematiken. Das eine war, siehst du, gerade eben das Band von den Kupferplatten. Das ging durch und war eigentlich weg. Also die Kupferkabel haben das quasi komplett aufgesaugt, sodass hinten nichts mehr rauskam. Das hat sich jetzt gedeckt. Siehst du das? Also ich habe das rote Band benutzt, das hier jedenfalls. Und es geht schon mal ein bisschen was durch. Ach so, zum Weiterleiten meinst du, jetzt verstehe ich. Ja, das ist aber nur temporär diese Lösung. Also prinzipiell gibt es für die Problematiken mit den Kupferplatten und den grünen nichts anderes, als dass wir oft Lichtbögen umstellen müssen beim Kupfer. Ja. Das ist die eine Sache. Das zweite ist hier oben. Immer noch. Dieses Erz, was oben viel zu viel ist und unten eigentlich gebraucht wird. Weil oben habe ich schon gesehen, teilweise, wenn das in die heiße Phase da oben geht, dann haben wir zu wenig. Ja. Ich weiß nicht, ich versuche das ja einfach zu erklären. Deswegen würde ich jetzt mal... Weil ich so dumm bin. Nein. Doch. Vielleicht für Anfänger auch in Faktorius. Mag ja sein, dass sie sich vielleicht nicht so auskennen. Ja, ja. Ich mach... Ich mach... Ich mach... Ich mach... Ich mach... So. Von daher, ich probiere das jetzt mal so. Wow. Mal gucken, ob das besser geteilt wird. Das war jetzt halt meine Idee, das eher nach unten zu leiten, weil der Teiler... Der Teiler teilt eigentlich genau 50-50. Ja. Das ist eigentlich schon so eingestellt. Mal gucken. Da wird sich, glaube ich, auch nicht viel ändern. Es ist... Im Moment passiert nicht so. Also, nee, nee. Man bräuchte jetzt schon das blaue Band höher. Guck mal, jetzt kommt hier unten nur auf der einen Seite zurück an. Hm? Naja, weil der das 50-50 teilt. Ja, aber es kommt ja auf zwei Seiten an. Deswegen müsste er eigentlich theoretisch auf beiden Seiten auch wiederum aufteilen. Und ein Band reicht halt eben nicht. Aber man müsste jetzt schon wieder umstellen auf blau. Auf die blauen Förderbände. Aber die haben wir natürlich noch nicht. Die sind auch schwierig herzustellen. Ich finde die blauen Bände immer so... Können wir mal ganz kurz was forschen, damit wir... Was brauchen wir denn hier? Ach, hier bräuchten wir... Hier bra... Ach so, hier. Logistik 3. Und dafür brauchen wir... Das hier. Logistik? Was ist das? Darf ich Automatisierung 3 lernen? Na klar. Ja. Gut. Und mach es halt. Ja, ich meine, im Moment forschen wir ja nicht gezielt. Das heißt, wir können einfach alles beforschen, was wir zu beforschen haben. Nach und nach. Und dann haben wir auch bald ein blaues Bändchen. Yay! Ah, ich weiß auch, wo das Problem liegt teilweise. Guck mal hier unten. Die roten Arme geben das aus. Ich hatte das... Das war halt noch das alte. Deswegen hatte ich das nicht umgestellt. Ah, ja. Man könnte das... Man könnte eher... Man hätte das tauschen müssen. Also das Erzband oben... Na, warte mal, da ist das für die anderen Arme los. Lassen Sie es doch das Erzband... Ne, warte mal, da ist das für die oberen Arme los. ...und drunter packen. Ja, und die in der Mitte? Bischi? Ähm... Es geht halt leider nicht anders. Oh. Aber jetzt... Guck mal, jetzt läuft der wieder einigermaßen ab. Ich weiß, oben waren... Die letzten zwei Folgen waren einfach zu wenig. Man muss Zeit beobachten, ne? Die roten, die können auch nur auf das Äußerste... Das... Das finde ich scheiße. Das sollte auch auf das Nichtäußerste gelegt werden können. Ich glaube, das geht mit Mods bestimmt. Da gibt es ja so tausende Sachen. Aber so eine Vanille nicht... Wir spielen ja Vanilla. Genau. Ich mag... Ich mag gerne Vanilleeis. Am liebsten eigentlich fast. Ja, auch... Wobei jetzt... Ist ja auch gut, weil du das ja so noch gar nicht kennst. Ist ja auch richtig. Ja, wobei jetzt, wo die Leute alle Cookie-Eis erfunden haben, mag ich das lieber. Cookie hier. Cookie hier. Cookie hier. Jetzt haben wir das schon wieder. Mhm. Die roten gehen einfach weg. Aber ich fand das auch von vornherein schon... Ich hatte das damals, glaube ich, geteilt. Und hast du gesagt... Ah, das ist doch Quatsch. Guck mal, wir können es einfach durchlaufen lassen. Und dann kommen nämlich solche Probleme zustande. Also was heißt... Das habe ich nicht gesagt. Doch, ich glaube, du hast gesagt... Ach, Quatsch. Oh mein Gott. Fischkopf, du bist so unglaublich dämlich. Ich mache das wieder anders. Ich fasse nie wieder was an. Warum spiele ich eigentlich Faktorium mit dir? Du Penner. Du blöder Vollhorst. Genau so hast du es gesagt. Und hier sollen wir jetzt auf Lichtbögen umstellen. Oh mein Gott. Ja. Müssten wir. Oh, dann müssen wir doch alles abreißen. Das Problem ist, meine Taschen sind voll. Ich müsste mal... Roboter. Ich will Roboter haben. Ich will meine Roboter. Ziegelsteine. Oh mein Gott. Es wird noch ein bisschen dauern hier. Das kann weg. Es ist... Das kann weg. Hier machen wir gleich mal so eine passive Anbieterkiste draus. So zack. Immer wenn du jetzt eine siehst, ne? Mach die mal gleich zur passiven Anbieterkiste bitte. Die werden wir nämlich schon brauchen bald. Wirklich. Believe me. Und ich habe immer noch nicht die Motoren gemacht. Das war eigentlich das, was ich machen wollte. Aber jetzt müssen wir wahrscheinlich das Kupfer erst mal hier umstellen. Ja, aber da brauchen wir Ziegel und so eine Scheiße. Ja, drüben habe ich doch jetzt wieder aufgebaut. Komm mal mit. Ich meine, das wird für die Wände verbraucht. Aber da müsste noch ein bisschen was übrig bleiben. Hoffentlich. Ich denke nicht. Ich denke nicht. Hast du richtig gedacht. Aber wir können das mal hier begrenzen. Oh, hier könnten wir arbeiten mit so einem Vergleicher und so. Da könnten wir sagen, pass mal auf. Wenn jetzt hier eine gewisse... Also, wir brauchen halt so und so viel Ziegel. Und wenn diese Ziegelmenge nicht erreicht ist, dann soll er sie auch nicht weiterschicken an die Fabriken, die wiederum Mauer machen. Guck mal, das können wir doch jetzt hier auch so lösen. Oder wir lösen es einfach so. Weil wir haben da vier, die das da eh schon stemmen. Eines Tages werde ich mir nochmal dieses Tutorial angucken. Und dann werde ich das einfach mal machen. Dann wirst du mir das mal bitte erklären. Ja. Was da eigentlich Phase ist. Ja. Uh. Uh. Ziegel. Oh Mann, dieses... Ja, das ist aber normal. Dieses... Ja, ich überlege den Sound auszumachen. Was? Nein. Das gehört dazu. Ich überlege den Sound auszumachen. Oh, jetzt kommt wieder zu wenig an. Ah, ihr seid so... Ah, Faktorio. Du wirst manchmal so ein Drecks denken. Jetzt kommt da zu wenig an. Du bist manchmal so eine Schlampe. Aha. Das ist schon ein bisschen... Ja, mach doch einen weniger oder so. Du könnt auch einen Ofen weniger machen. Weiß ja eh nicht, wie du siehst. Ja, eine nimmt das. Dann kriegt er sich das. Das ist meiner. Loh, loh, loh. Es kommt schon noch genug... Ich hab ja auch die Wände. Wir haben schon genug Wände jetzt. Wir könnten auch hier noch zwei von den Förderern reinquetschen. Was? Nee, Quatsch brauchst du jetzt nicht. Brauch ich nicht. Guck mal, die... Die... Wir haben genug von den Steinwänden. Ach so, jetzt werden... Die müssen vielleicht liegen. Jetzt verstehe ich. So, dann haben wir jetzt schon mal... Was? Ja. Ach, jetzt greifen die das da hinten an, ne? Oh, ich... Ich mach jetzt die Mauer zu. Ich hab keine Lust mehr hier. Die Mauer ist zu. Ja, ich mach jetzt den zweiten Ring fertig. Kann nicht wahr sein. Oh. Aber das wirst du doch niemals schaffen. Du brauchst viel, viel mehr, oder nicht? Ich hab jetzt, äh... Ja, würde nicht reichen, aber... Ich hätte jetzt nochmal in die Kiste gehen können. Ich bin auch so clever, ne? Ach, da, wo wir gerade waren. Ja. Genau. Wo gerade ganz viel Mauer drinnen war. Ja, genau. Diese Kiste. Da warst du jetzt nicht dran, als du losgegangen bist zum Baum. Ich hab ein paar bisschen mehr eingesteckt, weil... Mein Inventar war auch voll. Ich musste mich erstmal entleeren. Ja, ich hol mal kurz nochmal ein paar ran hier. Ich reparier der Weihel hier so ein bisschen. Ich hab Hicke auf, Hicke. So ein Leser-Turm reparieren ist aber ganz schön teuer, ne? Ach, wieso? Ja, das hat jetzt ziemlich viel gekostet hier von den Sachen. Stell dich mal nicht so an. Ich stell mich an, wenn ich das will. In die Schlange für die Bananen. Wusstest du eigentlich wie... Also eigentlich dürfen wir keine Bananen essen, ne? Hatten wir das Thema nicht letztens schon mal mit Kiwi und so? So, nie. Wieso darf man denn jetzt keine Bananen essen? Na, man darf schon, aber es ist halt... Es ist halt so umwelttechnisch. Ähm, halt... Es ist eigentlich super unverantwortlich. Ja, lauf mit mir. Los, komm, wir gehen mal früh joggen. Los, komm mit, erzähl. Aber ich hab doch... Hast du jetzt die Mauer geholt oder nicht? Ja, komm. Lass uns doch mal eine Runde joggen. Naja, die Kosten und der Aufwand und die Ressourcen, die man aufbraucht, um Bananen hier rüber zu kriegen, ist halt eigentlich... Also eigentlich unverantwortlich für die Umwelt. Also genauso mit Kiwi. Und alle Sachen, die man irgendwie hierher bringt, die nicht hier wachsen, die nicht regional sind... Ist doch mit dem Kaffee genauso. Ja. Warte, hallo. Ich dachte, du joggst mit mir. Ja, ich bin vorgelaufen, ich bin so schnell. Ach man ey, ich bin aber auch eine lahme Ente, warte. Das ist doch nicht so eine spannende Folge, glaube ich jetzt. Das ist ausdauermäßig, war das schon immer ganz schlecht bei mir, sag ich dir. Uh, uh, uh. Ich hab mich ja jetzt beim Fitnesscenter angemeldet. Also naja, was heißt angemeldet? Ich hatte mir so einen Termin gemacht für so einen Testlauf. Da kaufst du dir so eine 10er-Karte und dann bist du da 10 Mal. Und dann guckst du, ob das was für dich ist. Und dann hatte ich diesen Termin und war schon voll stolz darauf. Hab davon erzählt. Und dann kam aber die Star Trek Premiere dazwischen. Und dann war so, oh ja, okay. Ich muss den Termin verlegen. Und dann hab ich angerufen und meinte sie, ja, nee, nächste Woche ist der Typ im Urlaub. Der kann sie ja nicht einführen. Das ist ja scheiße. Ja, dann ruf ich nochmal an. Und ich weiß doch, wie das wieder endet, ne? Dieses, ja, ich ruf da nochmal an. Ja, verstehe. Obwohl, diesmal hab ich Bock. Diesmal, ich muss jetzt mal loslegen. Ausgleich zum immer nur rumsitzen und am Rechner. Naja, bei mir ist das ja schwieriger, weil ich ja immer mit dem Rücken so arg zu tun habe. Das geht halt leider nicht. Ich mein, ich weiß doch, damals in der Physiotherapie, ne? Oder der Arzt, ne? Der Arzt meint ja auch, was ist denn mit Sport? Ja. Und ich war so, ja, äh, äh, wenn sie mir sagen, wie? Wie denn vielleicht, ja? Und, äh, das war schon immer ganz gut. Und was hat er gesagt? Er hat gesagt, nein, raus! Nee, also Sport hat mir überhaupt gar nicht geholfen. Das hat er verschlimmert. Scheiße. Ich hätte jetzt gesagt, Sport. Ja. Würde helfen. Weil ich, ich bin ja auch Arzt. Nee, das hat es echt immer schlimmer gemacht. Also es war, war nicht gut. Gott, ich laufe hier schon wieder rum wie so ein Vollhorst. Ich, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ah, die Moorpackungen waren geil. Boah, hattest du schon mal so eine Moorpackung? Nee. Boah, so eine heiße. So eine heiße. Oh, geil. War cool. Hat aber nicht geholfen, aber war sehr angenehm. Okay. Echt, wir haben hier Blaupausen. Ja, kannst du dir schon mal was, wenn du willst. Aber brauchen wir doch nicht. Wir haben ja noch nicht mehr die Roboter. Ich bin meine Roboter. Oh shit. Wie nutze ich denn eine Blaupause eigentlich? Ups. Naja, du fertigst jetzt irgendwas im Feld. Fertigst du vor, ne? Und dann nimmst du die Blaupause in die Hand. Ja. Die ist übrigens nur einmal verwendbar. Die rote, also du kannst halt einmal diese Blaupause machen und dann ist sie für immer das, ne? Ähm, die rote kannst du hingegen immer benutzen. Da brauchst du nur eine von. Und, äh, ja, dann kannst du das immer so in das Feld platzieren. Ich verstehe nicht. Was heißt denn in das Feld platzieren? Ja, also, du musst es halt irgendwo hinsetzen, ne? Deswegen meinte ich halt ins Feld rein. Also, du, ähm, baust da jetzt eine Montagemaschine hin. Ja. Und, äh, dann nimmst du die Blaupause in die Hand, hast da noch ein Strommaster dazu, ne? Stellst da noch ein Strommaster hin, die Arme oder so. Dann nimmst du die Blaupause, kopierst das rein. Und dann kannst du diese Blaupause immer wieder setzen. Du musst das also nicht, ne? Du verstehst du schon. Probier es doch einfach mal aus, Hüschi. Du musst das schon sehen. Ich mach das gerade. Höh! Bloß dir kann keiner helfen, das zu bauen. Das musst du halt immer noch selber machen. Wow! Wow! Und die Roboter würden das dann aber automatisch bauen. Wow! Ich bin gerade so krass begeistert. Moment mal. Aber jetzt setze ich das da hin und dann ist das so durchsichtig. Und die Roboter würden das jetzt bauen. Genau. Das ist dann so eine Art Vorlage. Das macht also nur Sinn, wenn man Roboter hat? Ja. Okay. Geil! Mit Rot kannst du es halt, äh, markieren. Und dann reißen sie es ab. Das ist ganz nett, ne? Brauchen mehr Akkumulatoren. Wow! Irgendjemand hatte mir auch geschrieben, man kann sich das ausrechnen, wie viel man braucht. Jo! Man sieht es ja, wenn die Dinger nicht bis zum Arm voll sind, dann weißt du Bescheid. Jolle! Jolle! Ja? Jolle, können wir bitte, können wir bitte, ähm, können wir bitte die Roboter machen? Ich, aha! Wir haben erstmal die Problematik, dass hier kein Kupfer mehr ankommt. Ich hab hier gar keine Problematik. Bist du, wir kommen um die Lichtbögenöfen nicht rum. Das müssen wir... Das müssen wir vorher machen. Ja, ich wollte... Du hast vielleicht gemerkt, ich bin so ein bisschen der Sache ausgewichen. Äh, hä. Ja, das kann ich ja gerne machen. Nee, ich mach da mit. Ich... Wo ist denn das Auto? Ich... Mit dem Panzer müssen wir doch mal... Wo ist denn der Kackpanzer jetzt hier? Ja, ich will den Panzer machen, aber dafür brauchen wir vorher das Auto. Deswegen suche ich jetzt das Auto. Und ich find's nicht. Wir haben das Auto schon. Das haben wir schon erforscht. Ach so. Ach, dann brauchen wir... Dann machen wir hier. Alles klar. Wir brauchen Militär 3. Dann können wir den Panzer machen. Militär 3? Okay. Ja, hat er mir erzählt. Nicht, nicht gesehen. Naja, dann mach mal. Dann können wir uns den Panzer basteln. Yes. Mal hier. Panzer auf Militär 3. Genau. Ganz genau. Und dann machen wir mal... Fahren wir mal los. Genau. Wobei, ich hab das mit Minias gemacht. Das war so mittelerfolgreich. Ihr Panzer lässt sich besser steuern. Ich weiß, aber der Minias ist fast gestorben. Es ist auch... Es ist auch am Anfang echt gewöhnungsbedürftig. Wir müssen vielleicht auch bessere Rüstung noch holen. Und krassere Waffen. So was soll ich tun. Wir brauchen... Du holst hier schon, ne? Wir brauchen ja für Lichtbogen... Ölischbögen, 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 Ziel. Wollen wir uns heute noch die Rüstung anziehen? Welche? Hast du gerade welche gebaut? Nee, wir bräuchten mal ganz kurz zehn blaue Prozessoren. Haben wir die schon? Oh, da hab ich welche gebastelt. Ja, dann lass doch mal gucken, Fischi. Dann lass uns doch mal rüberlaufen zu den blauen Prozessoren. Hey, du hast das übrigens richtig angelegt mit den Rohren. Das sieht super aus. Guck doch mal, wie ist das Team? Boah, cool. Soll ich uns mal zwei machen? Ja, aber sind wir auch sicher? Die brauchen 30 rote. Alter, Schwede. Ich hab ne Blaupause für so ne Maschine. So, ich mach grad mal... Guck mal. Das ist die Rüstung für die... Darf ich was zeigen? Guck mal, Alter. Okay, ja. Ja, hast du voll schön gemacht. Wuhu! Hehe. Ja. Ich feiere das hart. Ich... Wie... Dass wir das jetzt erst... Also, okay, wir haben ja ewig... Das bringt uns gar nichts mehr. Wir sind ja jetzt schon weiter als du damals mit Rinyas. Und du hast recht. Die... Die Batterien kommen auch nicht nach. Oh. Und die roten Schaltkreise auch nicht mehr. Naja, weil die Batterien haken. Was ist denn da jetzt schon mehr? Nee, die brauchen wir doch für die roten Schaltkreise... Oh Mann, ey, diese Kackbatterien jetzt. Oh, es kommen keine... Ach so, weil die keine... Weil die Kupferplatten brauchen. Kupferkabel? Gut, dass wir da gerade dran arbeiten. Und da haben wir das schon wieder. Gut, dass wir da gerade dran arbeiten. Also so halb. Also so ein bisschen. Wo bist du denn? Ach, da. Ja. Jala. Du hast die Kiste gar nicht... Ähm... Ingenst. Ich hab noch gar nichts mit Kisten gemacht. Du hast immer gesagt, mach das mit den Kisten. Ich hab das nie gemacht. Ich hätte... Nie, vor allen Dingen. Was denn? Ja, das klingt so nie, als hätte ich dir das vor Ewigkeiten aufgetragen. Das war ja das letzte Folge oder so. Naja, du hast schon immer mal wieder gesagt, ich soll die Kisten austauschen. Ich hab aber keine einzige von diesen Kisten gebaut. Guck mal, wir lagern schon richtig Petroleum ein bei die... Gerade, ich glaube, die Produktion, ne? Aber hier, schau. Guck, guck, guck. Hier, uuuh. 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 Für den Moment funktioniert's. Äh. Ja, ähm. Immer ein bisschen Licht, so. Ja, wir rennen gerade rum wie verrückte Hühner, aber das ist halt eben Optimierungsbedarf. Ja, die Frage ist, ob du... Lichtbögen. ... jetzt die Lichtbögenöfen baust. Ja, ist ja gut. Weil, wenn jetzt beide... Wenn jetzt beide sich die Ressourcen holen für die Lichtbögenöfen, dann ist es, glaube ich, nicht so schlau. Oh, Militär ist fertig. Ich baue jetzt... Ich erforsche jetzt den Panzer. Mach mal Panzer. Ups, ich hab nicht gedrückt. Aha, ich hab... Ich war's. Oh. Okay, äh, soll ich abreißen oder was? Oder was machen wir jetzt? Ich will was abreißen. Wir machen jetzt... Ja, Lichtbögen, genau. Wir brauchen die, ähm, Kohleader nicht. Also, die... Den Kohleplatz kannst du dir schon mal freischaufeln. Oh je, dann hab ich wieder so viel Kohle in den Tannen. Das war bei mir auch so. Oh Gott. So, Panther. Okay, ich bitte jetzt. Panther. Panther fahren. Achso, deinen Anzug hab ich noch. Tragen ich dann mit mir rum. Ja, gib mir den. Bende. Gib dir. Oh, wir brauchen wieder Verbrennungs... Was, den crafte ich noch? Um Gottes willen. Wurde noch. Achso, du bist immer noch am Craft noch. Komm, wir machen das gemeinsam. Ja, du, hast du noch eine von diesen komischen Kisten? Weil ich würde jetzt... Die Kohle, die wir jetzt hier abbauen... Achso. Du kannst sie auch vorne abknippern, aber bis dato wird ja eh nicht so viel eingelesen. Ah. Was heißt denn vorne abknippern? Naja, dass man die halt vorne kappt. Weil dann läuft das so ein bisschen durch, dann hat man nicht die ganzen Taschen so voll, aber das ist jetzt... Ach, das meinst du? Achso. Gästen. Wir müssen ja so oder so. Oh ja. Oh. Mit Alt. Wenn du mit Alt draufklickst, genau. Du hast es gerade gemacht, ne? Mit Steuerung. Äh, mancher. Steuerung. Genau. Äh, jetzt ist die Kiste aber auch gleich wieder voll hier, ne? Ja. Ähm, aber müssen wir nicht eh... Reiß die Kohle ab. Reiß die Kohle ab. Okay, warte mal. Hier kommt die... Hier kommt das Erz rein. Das heißt, wir könnten das obere Erz ein bisschen weiter oben ansetzen, damit wir... Und dann könnten wir hier... Wie hoch sind die denn? Die sind auch so hoch wie... Wir machen jetzt eine Zweier-Reihe. Zweier, Zweier... Also die komplette obere Reihe kann auch abgerissen werden, oder nicht? Äh, nie. Weil wir es neu setzen. Wir müssten, glaube ich, nur die Band eins nach oben versetzen. Dann müsste das eigentlich schon reichen vom Platz her. Ich guck mal das mal an. Also. Genau, der Lichtbügenöfen passt nicht hier rein. Wir müssten beide Linien von dem Kupfer eins nach oben versetzen. Dann reicht das schon. Ich könnte schon mal alles wegnehmen. Äh... Warte mal. Der Lichtbügenofen wird so stehen. Hm, genau. Wir müssen dann eins nach oben einfach... Das heißt, das obere Band muss auch weg. Ah. Okay. Nutzen wir trotzdem gelbe Bänder, oder wollen wir hier die roten schon reintun? Nee, wir nehmen den rot. Echt? Dann hol ich die, oder hast du welche? Nee, ich hab welche bei. Alles gut, alles gut. Ich hab welche bei. Ja, ich kann aber nichts machen jetzt. Das Problem ist eher, dass ich nicht so viele Lichtbügenöfen in der Tasche hab. Weil mir ein bisschen der Stahl fehlte. Wenn du also noch hast... Nee, ich hab keine... Ich dachte, du... Mh... Fünf Stück hab ich jetzt. Ja, dann müssen wir halt gleich nochmal neu holen einfach, ne? Und wie ist die Stromsituation? Also nicht, dass wir jetzt uns damit das Genick brechen, ne? Ja, wenn nicht, hab ich noch 300 Solar-Panels in der Tasche. Nee, hab ich's nicht mehr. Die hab ich alle jetzt oben versetzt. Aber es reicht. Wird schon reichen. Soll ja eigentlich... Zwei niedliche, kleine Akkumulatoren in der Tasche. Achso, jetzt hier, die Rüstung ist fertig. Endlich. Wo bist du? Hier, unter dir. Warte. Äh. Ja. So, und das müsste die erste sein, in der man auch was reinlegen kann. Also... Reinlegen kann? Ja, ich glaube... Oh, jetzt hatte ich sie gerade. Genau, mach mal Rechtsklick auf die. Wow! Und da kann man jetzt, ähm, Sachen reinpacken. Das ist jetzt allerdings so die kleine Rüstung. Später gibt's noch eine richtig große. Ähm, da kommt, kommt dann ein tragbarer Fusionsreaktor. Ja, davon hat man ja das erzählt, ohne zu wissen, was es eigentlich ist. Ja, und solche Geschichten. Und, ähm, das Energieschild kannst du denn da reinpacken. Das mach ich jetzt gerade. Das mach ich mir jetzt da rein. Ich hab keinen. Hast du auch noch eins für mich? Ich könnte dir noch eins machen. Ja, mach mal. Das sieht man denn leider nicht optisch, aber du bist besser geschützt. Schild Kapazität 50. Oh, und ich guck mal nach Forschung. Geil. Können wir uns nicht mal langsam Laserwaffen bauen? Das ist doch langweilig. Ach, hier. Ja, das geht nicht. Nee, Kampfschrotflinte, Flammenwerfer. Och, Mann. Verlangsamungskapfel? Ja, das ist dann auch so eine Art Kampfroboter. Ähm, ich... Ich hab dein Schild fertig. Ja. Wo bist du denn? Dies. Hier. Oh, wie gut das aussieht. So, das kannst du jetzt halt da reinpacken. Äh, wird allerdings nicht bestromt. Das ist doch das Problemchen. Was wird nicht bestromt? Naja, das Energieschild hat keinen Strom. Also wenn du jetzt nochmal... Gib... Mach nochmal einen Rechtsklick. Oh ja. Da entsteht halt eben die Elektrizität und wie halt dein Schild ist. Warte mal, ich mach Batterien rein. Geht nicht. Ähm, nein, das geht nicht. Du wolltest denn so ein tragbares Solarpanel und ein paar Batterien. Ist jetzt aber eher Verschwendung, weil irgendwann haben wir die... den nächsten Anzug, ne? Dann haben wir halt so einen Fusionsreaktor. Der ist viel geiler. Mein Hosentaschenfusionsreaktor. Genau. Ich muss mal was trinken. Moderier mal auf Alltag. Ja, du musst Hydration, Kinder. Es ist unglaublich wichtig. Ihr dürft das nicht einfach mal so vernachlässigen. Es ist so... Es ist wirklich... Wenn ihr nicht hydriert, ihr geht kaputt. Ja. Ja, genau. Genau. Ähm, die sind schon ziemlich schnell unterwegs. Ja, das... Ich hab grad überlegt, ob man die obere Reihe so bastelt, dass die Arme... Nee. Äh, nee. Die ist gut. Ach so. Ich brauch jetzt mal... Ich brauch mal jetzt ganz kurz, äh, wegen Lichtbögen. Ich geh da mal was holen. Ja, Leute, aber die... Die Folge ist schon wieder vorbei. Ja, die Folge ist vorbei. Du willst mich da jetzt verarschen. Es ist schon die Extended Edition. Extended? Stimmt. Ja, es ist schon die 25-Minuten-Variante, die jetzt gleich angeschlagen sind. Ja. Wir müssen uns bedanken, äh, bei unserer Familie, bei unseren Unterstützern, bei allen, die, ähm, die die ganze Zeit mit uns gewirkt haben. Es ist unglaublich. Ihr seid toll. Danke, danke. Ich danke auch der Columbia University und ich danke auch MGM und, ähm, Warner Brothers für ihre Unterstützung. Was? Danke, dass es euch alle da draußen gibt. Ja, ihr seid, ihr seid wirklich grandios. Und grüßt Tom und Bertha, wer auch immer das ist. Ähm, Jolle. Ja. Tschüss. 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 Tschüss.